ihr wisst ja alle wie eine kamera ausschaut ist ja nichts neiges aber das geht auch anders manchmal sieht man so dinge wie sowas zum beispiel oder wenn man sich andere fotografen anschaut dann kann es schon sein dass man mal so größere drüber zu gesicht bekommt aber eine kamera kann auch ganz anders aussehen wie zb so vielleicht oder so vielleicht oder so oder auch so geht auch so vielleicht nehmen wir die mögliche sache sowas die da oder die da oder die da wir hätten auch die da wie wäre es mit sowas geht aber auch so geht aber auch ausgefallen diese da diese da diese da auch da ist eine kamera und dann hätte da noch eine kamera na das ist keine rader pistolen oder wobei meine lieblingskamera ist doch die mit dem großen objektiv schaut fast aus wie raketten ja das waren jetzt alles kameras zum aufnehmen von fotos oder filmen aber wie funktionieren die dinge eigentlich und was haben die zwei gemeinsam das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen ja 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 ja